Der Islamist, der arme Wicht, die gute Laune kennt er nicht. Hat keine schöne Volksmusik, drum führt er gern Guerillakrieg. Vom Himmel stupft das Flugbenzin, vom Minaret der Muezzin. Mit Mohammed und Allah, tot Israel, tot USA. Die Frau verhängt er gern mit Stoff, er betet mit Kalaschnikow. Und das Polka-Tanzen fällt ihm schwer, drum bombt er gern im Nahverkehr. Selbstmordattentäter, komm ein bisschen später und verübt ein Attentat ganz allein für dich privat. Selbstmordattentäter, Hisballah und Tamas. Verbreiten schlechte Laune, das macht doch keinen Spaß. Tuff, 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 die Eisenbahn, wer kommt mit nach Pakistan? Alleine fahren mog' ihn nit, ich nehme mir den Fiete mit. Zwei kleine Libanesen, in Koblenz am Hauptbahnhof. Ja, was ist denn da gewesen? Auch Bonn, Mensch, da lief das doof. Sie hatten große Pläne, doch es hat nur gezischt. Und zwei kleine Libanesen, hat man kurz darauf erwischt. Und zwei kleine Libanesen, hat man kurz darauf erwischt. Scharia, Scharia, Scharia. Dankeschön. Also.